Seid gegrüßt zurück zu Edge of Eternity. Wir sind hier an einem Rätsel angekommen, unser Nickerbooster auch und schauen wir mal was wir hier machen müssen. Also hier hinten haben wir ein lila Feld zum aufmachen. Hier haben wir ein blaues Feld. Das heißt wir müssen einen hier hinbewegen, einen da und hier ist so eine komische Linie. Was die bedeutet weiß ich nicht. Oh. Und nur Darion kann sich bewegen. Dann würde ich mal sagen wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Ich weiß nicht was diese Linie bedeutet. Das werden wir noch erfahren müssen, aber ich habe eine Idee wie es zumindest klappen könnte. Vorausgesetzt es funktioniert wie ich mir vorstelle. So. Jetzt müssen wir hier hinlaufen, dann laufen wir dorthin. Dann da, dann da, dann laufen wir hier oben raus. Hier hin, hier hin und dahin. Also bis jetzt waren die Rätsel eigentlich recht einfach. Ich hoffe da kommt noch ein bisschen was komplizierteres. Ich meine ich habe es nicht immer gleich gerafft, was die, was die Sachen machen, aber das ist ja was anderes als wenn man da nicht das Rätsel schafft. Also wird ja eben nicht erklärt, dass diese Gegenstände, wie die Gegenstände da funktionieren. Diese, eine neue Seelenklinge, wie die Plattform hier funktionieren, wird einem ja nicht vorher erklärt, wenn man das dann weiß, dann ist es kein Problem mehr. Von daher ausprobieren gehört dazu. Wir laufen mal wieder nach Süden. Wieder in unserer Neckaruh Farm vorbei. Hier noch was. Ich wüsste gern, was das für komische Netze sind. Wie wäre es damit gerechnet, dass da irgendwelche Spinnen rauskommen oder so, aber kommen ja nicht. Äh, ein Wühler war ja das letzte, war ja vorhin in, vorhin, mich vorhin für euch in der letzten Folge zwischen denen rausgekommen. Aber es sieht nicht so aus, als wäre da ein Wühler immer drin. Animistenstab. Wir haben eine Menge Waffen, die wir bauen können, das nächste Mal. Würde sein, das machen wir dann in der Folge, wenn wir genug Kristallfrüchte haben. Müssen wir sowieso zurück. Wir müssen dort hinten den Typen gleich verprügelt. Wildlederhose. Hier wollte ich hin. Eine Brücke. Los. Wir haben in der Grafik was umgestellt. Ich habe nämlich den Eindruck gehabt, dass es manchmal unscharf wird. Weil ich nicht weiß, woran das liegt. Wirkt jetzt etwas schärfer. Ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser ist oder schlechter. Es wirkt jetzt auf jeden Fall schärfer. Und daher würde ich mal sagen, es ist jetzt etwas besser. Ich werde es dann sehen, wenn ich das Video schneide. Vorher nicht. Viel verändert hat sich, glaube ich, nicht. Na, komm. Bleib mal da. Wir müssen mit dem reden. Einer von Möbos Schatten. Ich sehe dein Zukunft. Und das ist das letzte Mal. Triff Feinde mit dem Element, die ihr Inventar sprechen. Das wird uns nicht gelingen. Aber... Der ist jetzt... Der letzte war zumindest nicht so schwer. Mal sehen, ob der jetzt schwieriger ist. Ach, ich hätte eh mal ein paar Kristalle noch ins... Hier im Messer machen sollen. Ja. Da habe ich noch nicht ausprobiert. Aber... Der dürfte wahrscheinlich vermuten gegen Menschen ist Pflanze. Das ist so meine Vermutung. Oh, ich kann sie nicht beschädigen Ich hab noch keinen Pflanzenangriff Komm, versuch mal anzuzünden Wird ganz lustig Kein Anzünden Oh, er imitiert mich Ich glaube sogar noch mehr Schaden an, als wenn ich Eis werfe, oder? Es ist ja nur ein Angriff, während Während das andere zwei Angriffe sind Mal gleich mal gucken, Myrna wird ja noch angreifen Boah, Verteilungsbrecher wird die jetzt auch nicht mehr nutzen Okay, dann werden wir das nicht mehr sehen mit dem Angriff von Myrna Oder doch? Ähm, steht so genau nicht hier drin Ne, es sind auch zwei So, dann erledigen jetzt Ich hab sein Elementarsprache nicht, also kann ich noch damit nicht eingreifen So Inventar Ausrüstung Myrna Ne, Kristalle Und hier mal noch gucken Wir haben einen neuen Kristall Mutige Eröffnung Ne, mutige Eröffnung Bin ich nicht so der Freund von Angriff und Zaubertempo Angriff ist zwar schön und gut Aber Zaubertempo bringt uns nicht weiter Okay, wenn wir mal sagen Schauen wir mal kurz noch bei dir vorbei Da passt noch ein Kristall rein Aber es sieht nicht so aus, als hätte ich da Eine Fähigkeit Angriff und Tempo Magieabwehr Lebenspunkt Magie und Magieabwehr Ja, wie machen wir das erstmal rein Zaubertempo und Tempo Magie und Magieabwehr ist jetzt erstmal Das Beste, was wir da haben Wasserklinge Fügt deinem Feind magischen Schaden zu Das klingt doch gut Explosive Falle Magieabwehr und Tempo Magie und Lebenspunkte Ich habe den Eindruck, dass sie noch relativ häufig In irgendwelche Gefechte gerät Also würde ich sagen Verhalten wir bei ihr mal Magieabwehr auch dabei Helene soll ja überhaupt keinen Schaden kriegen Wenn möglich Überlegender Edelstein Wasserschlag Plus 4 Abwehr Plus 4 Zaubertempo Zaubertempo ist mir recht egal Aber Der Wasserschlag Hatten der da Der hat Einen Angriff Einen Tempo Gut Was ich Also ich mache Das Zaubertempo ist wie gesagt Glaube ich Für Darion Absolut Unerheblich Ich bringe ihm keinen Vorteil Glaube ich So dann haben wir hier das abgeschlossen Das Gebiet würde ich mal sagen Theoretisch könnte ich jetzt nochmal alles durchsuchen mit dem Neckaru So hier war ich ehrlich gesagt keine Lust Wir haben hier einen Riesenturm Der interessiert mich auf jeden Fall Da ist noch eine Kristallpflanze und dann können wir tatsächlich nächstes Mal Kristalle abgeben Und So Du siegst ja alle deine Feinde in weniger als drei Zügen Oh oh Ähm Wasserschlag Okay Wasser ist effektiv Und der mag es nicht Wasser klinge Okay Ich habe den Eindruck Es läuft jetzt Äh Es Ist schärfer alles Also zumindest im Kampf habe ich jetzt wirklich den Eindruck gehabt Hat auch nicht So geruckelt wie in diesem einen Kampf Aber das hat es ja schon bei dem Wähler Kampf nicht mehr Also wir haben hier einen riesigen Turm Wir haben gesehen der schießt diese Flieger von den Archuliten ab Wir haben ganz am Anfang gesehen Da ist ein kleines Dörfchen Was das hier ist weiß ich allerdings nicht Irgendwas davor Sieht fast aus wie so eine kleine Arena oder Heizklinge Oder äh Tribüne Keine Ahnung Das sieht auf jeden Fall interessant aus Was Haben wir dann hier Für einen Ort Auf jeden Fall Will uns jemanden einen Auftrag geben Farmer Ah Wow Diese Pillitsche Werden mich noch ins Grab springen Welche Pillitsche Die im Fersch Wieder keiner In diesem leeren Fersch Genau das ist mein Problem Sie sind fort Und das ist meine Schuld Ich konnte sie nicht genug Äh gut genug unterhalten Unterhalten? Was meinst du? Ich will damit sagen Dass ich nicht unglücklich genug war Das für mich siehst du ziemlich mitgenommen aus Für dich vielleicht Aber nicht für sie Weißt du was man über Pillitsche sagt? Pillitsche lieben Angst Tränen Und Blut Ja ich kenne das Sprichwort Ich war ein Bauer Sie legen nur Eier Wenn sie glücklich sind Und sie sind nur dann glücklich Wenn jemand in der Nähe Traurig Oder trübselig Oder verwundet Oder tot ist Oder Das war es also Gestern hat meine Frau Einen Witz gemacht Und ich Ich habe gekichert Das müssen sie gehört haben Und wollten mich bestrafen Deswegen sind sie alle fort Sie wollten Sich anderswo ihre Freude holen Niemand mit nur einem Haufverstand Züchtet Pillitsche Sie bringen nur Unglück Also würde man Sein eigenes Todes Als würde man Sein eigenes Todesurteil unterschreiben Ich weiß Ich dachte ich könnte es schaffen Aber jetzt Ich brauche diese Pillitsche Wir haben alle so Hunger Wir brauchen die Eier Okay okay Ich halte ein Auge offen Nach eurem Pillitschen Körsche sie in eure Richtung Oder sowas Was würdest du tun? Bei der Gnade der Götter Danke Wenn du sie finden willst Suche nach Orten An denen die Menschen leiden Oder gelitten haben Orte voller Schrecken Davon werden Pillitsche angezogen Das musst du mir nicht erklären Wie ich schon sagte Ich kenne Pillitsche Was habt ihr vor Wenn sie zurückkommen? Ich heure einen Baden an Der ihnen eine todtraurige Ballade versingt Das machst du aber lieber Wenn ich nicht mehr hier bin Okay Schauen wir mal die Verfolgung davon War mir nicht an vielen von diesen Stellen Ich weiß die sind jetzt erst gespawnt Ach wie nervig Also diese kleinen widerlichen Vögel Sind Sadisten Das Teilfrisch Oh Da ist ja einer Direkt hier in der Nähe Dann gehen wir mal gerade hin Ähm So Schauen wir mal Hinter dem Rücken des Banditen versteckt Schläft dieser Pillitsch sanft ein Äh Okay Diese Vögel sind wirklich Wir wollten eh zum Turm Also gehen wir mal zum Turm Vielleicht finden wir dabei Dann auch so ein paar Astralfiecher Ich hatte den Eindruck Die sind eher dort in der Nähe Da ist noch was Eine vergiftete Bombe Mein Wühler findet er auch dabei Haben wir ja jetzt festgestellt Wie vermutet Ähm Ja hier sind noch Astralwesen Ja hier sind noch Astralwesen Schauen wir gleich mal Wie die So reagieren Donnerbärenstein Okay Dann wollen wir mal Also jetzt so Von meiner Füge drei Statusveränderungen zu Äh Das können wir ja mit dir Ich vermute jetzt mal Physischer Schaden Eher schlecht Explosive Falle Wir können irgendwo eine Falle aufstellen Und probieren wir mal aus Ah gut Das hat interessant funktioniert Ähm Die Baren gegen Elektro Anfällig Schauen wir mal Ob sie das immer noch sind Und Ja Die sind trotzdem noch dagegen anfällig Und du warst Nein Doch Eis War es Eis? Nein Es war nicht Eis Äh War es Feuer Feuer war es Feuer Wir haben einen schönen neuen Schuss Oh mit Wasserkrab Und Wasserschlag Plus vier Angriff Plus vier Magie Plus vier Tempo Können trotzdem Selene geben Und hoffentlich dran denken Dass wenn wir einen Neuen mit Wasserkrab finden Dass wir ihn dann Äh Darion geben Äh Du du dum Denn Er wäre glaube ich Bei Darion besser Für den Wasserschlag Aber Dann hat sie Wasser graben Und das ist mir Im Moment Ja Das waren die ersten Also so stark Sind die jetzt nicht Und hinten gibt es Einen neuen Auftrag Wenn wir natürlich Alle Machen In den Kampf Ohne Verbünde Zu zahlen Und das wird Jetzt nicht so Schwierig Du Ach und Den komme ich Nicht dran Na gut Ob Reni So Irgendwie habe ich Den Eindruck Die bewegen Sich schneller Das ist ein Feuerangriff Hab ich irgendwas Eingestellt Dass die sich Schneller Bewegen Wart mal Hier Da würde ich Gemeinsetzen Habe ich noch Nicht benutzt Den Eindruck Der Kampf Läuft Jetzt schneller Aber An der Kampfgeschwindigkeit Habe ich Eigentlich Nichts Geändert Ist jetzt Aber auch Nicht so Schlimm Ist jetzt Auch nicht Übertrieben Schnell Ähm Das Gebästchen Dort oben Oh Ne Dort hinten Reden wir mal Mit ihr Habt ihr Ein Neckaru Ähm Ja Ja Das haben wir Dann hört mir bitte zu Ich gebe euch Tausend Herres Wenn ihr Erfolg Habt Suche meine Schwester Sie ist eine Garde Soldatin Des Konzils Und heißt Zarin Und Sie ist Verschwunden Sie schrieb mir Briefe Wann immer sie konnte Und das war Jede Woche Bis vor zwei Monaten Seitdem Kommen keine mehr Vielleicht war sie Der Brief Einfach Übertrüstig Oder vielleicht Nicht Zarin Nicht sie Nicht jetzt Wenn du meinst Ich habe mich Umgehört Bei den Geschäftsleuten Hier nachgefragt Ich weiß nur Dass sie hier In Solna Stationiert wurde Aber ich kann sie Nirgendwo finden Hast du bei der Garnison nachgefragt Ja Sie erzählt mir Sie sei auf einer Sondermission Und dass sie nicht An die Normalen Dienstkette Gebunden sei Deshalb wüsste Niemand Wo sie ist Das klingt Ziemlich merkwürdig Deshalb brauche ich Eure Hilfe Helft mir bitte Zaren zu finden Wir halten die Augen Offen Aber erwarte nicht Zu viel Wir sind selbst In wichtiger Sache Unterwegs Bitte euch nur Um eines Gebt diesen Brief Eurem Nekaru Er wird Zarens Fährte Wittert Okay Gott das können wir Machen Rufen wir mal her Ah da bist wir Mir hat das nicht So ganz geklappt Mit dem geben Schauen wir mal Gerade In Aufträge Es geht nicht Um Zaren Okay Okay Suchen wir sie Ich meine Vielleicht Ist hier Was Schlimmes Passiert Vielleicht können wir Nur verhindern Dass hier Was Schlimmes Passiert Vielleicht finden wir Was zu essen Wie will der mich Füdern Hä Äh Gegen das Urtunrir Will ich jetzt nicht Kämpfen Der führt mich mal wieder Durch die halbe Welt Eigentlich wollte ich jetzt Gehen wir mal hier entlang Hier am Rand entlang Können wir wenigstens Die Sachen schon mal Am Rand Hier Aufnehmen Wom wollte ich mir Eigentlich anschauen Okay Jetzt Ach da war noch was Hat noch eine Brandbombe Gefunden Jetzt hat er irgendwie Die Spur Irgendwie Irgendwas anderes Hat er jetzt Gewittert So Also Was hast du Hier hinten Gut Was ist hier Das ist eine Krogda Königin Wie meinst du Doch hoffentlich Nicht Ich Ach Ich kann mal Vorstellen Wie das Funktioniert Der will mich Jetzt auf Diesen Weg Hier Lucken Mitte Den über Den Weg Den Weg Besser Findet So als Wegfindung Das wird dann Aber nicht So gut Gemacht Jetzt führt er Mich mehr Oder weniger Zurück Zu Zu Der Gelben Zone Auf jeden Fall Können wir mal Die Kristallfrucht Hier einsammeln Okay Wechselt er wieder Hier Was Wir gehen jetzt Dort hinten In das gelbe Gebiet Wechselt er schon Wieder die Richtung Ja Ich bin dort Die ganze Zeit Lang gelaufen Hörst du mich Jetzt wieder Im kreis Ich hab dich Ja lieb Aber Das nervt Mich Ja Jetzt geht es Noch mal Nach links Ne Ja Ne Wir gehen jetzt Direkt zu dem Kreis Ich laufe da Jetzt nicht Die ganze Zeit Im kreis rum Das kann das Kleine Kätzchen Da vergessen Oder das ist Einer von Diesen komischen Würmern Und die Bewegen sich Unter der Erde Und ich müsste Den einfach Schnell genug Hinterherlaufen Oder so Witze Das Wär zwar auch Interessant Aber Das machen wir So nicht Oder Das hoffe ich Ist es nicht Ich hoffe nicht Dass es Verpackt Ist So Jetzt hat er Was gefunden Jetzt sind wir Auch im Richtigen Bereich Wohl So Hinten Sackgasse Und wir Kämpfen Vorher Führ deinen Feind Indem du Von hinten Angreifst Das kriegen wir Hin Myrna Ach da habe ich Jetzt nicht Aufgepasst Das wollte ich Nochmal Ausprobieren Wollte wissen Ob es Feier schaden Ist Du erledigst Den Ach das sind Sogar mal Normale Und Ach das ist Der Kristall Hinter hier So Warte mal Eine Runde Äh Ich glaube Von hier aus Kannst du Von hinten Einbreiten Oder Ja Kannst du Aber Du müsstest Auch Von hinten Angreifen Können Und Du Natürlich Und Du Wartest So Das hat Auch gezählt Gut Sowieso Interessant Da würde Mich Interessieren Ob es Auch Zählt Wenn ich Das Von Weiter Weg Mache Denn Ähm Auf jeden Fall Haben wir hier Im Pillage Dieser Pillage Gackert Vor Schadenfreude Ich sehe jetzt aber Nicht so ganz Woher Dir die Schadenfreude Nimmt Aber ich befürchte Das werden wir noch Erfahren So Da ist jemand Zaren Ich hust Wer seid ihr Warum seid ihr Hier Du brauchst Hilfe Bewegt dich nicht Berührt mich nicht Ich Sie haben mich schon Zersetzt Keine Angst Ich bin es gewohnt Mit Menschen Umzugehen Die von der Zersetzung Befallen sind Madame Myrna Wir brauchen Frisches Wasser Natürlich Das ist jetzt Auch egal Es ist schon Zu spät Mir bleibt Nicht mehr Viel Zeit Lass mich Einen Blick Darauf werfen Wie konnte es sich So schnell Ausbreiten Ich Sie haben Etwas mit mir Gemacht Diese Monster Wie ist das Möglich Beschleunigte Zersetzung Ich habe das Schon mal gesehen Besetzte Monster Können das Menschen antun Wenn sie Moment Sind immer noch hier Was haben Die Gemacht Beziehungsweise Wie haben Sie das Gemacht Was Begegen Jeder Noch Mal Effektiv Brauche ich Den Stein Ich Jetzt Keine Lust Eigentlich Okay Elektro War es Nicht Was habe Ich Gegen Die Noch Nie Eingesetzt Wobei Ich Auch Nicht Weiß Ob Die Zersetzten Viecher Andere Spächen Haben Hier geht Mir Mal rüber Darion Du Trinkst Mal was Okay Feuer war es Nicht Was Doch Erde Eis Hätte ich Noch Ach Es War Eis Hätte Ich Mir Auch Denken Können Denn Die Schwäche Hatte Ich So Ich War Schon Heraus Gefunden Da Hatte Ich Selene Noch Nicht So Das Heißt Die Zwei Sind Schon So Gut Wie Tot Erledige Die Mal Und Zwar Den Dazu Erst Wenn der Noch Rankommt Jetzt Greift sie Doch Den Eis Hast Du Nicht Ne So Gut Mach Trotzdem Mal Erdball Erstens Richtet Er Schaden An Zweitens Hab Ich Das Dann Dort Oben In Der Liste Die Liste Hätte Ich Eigentlich Gern Vervollständigt Erledige Ihn Und Mirna Schreifst Den An Und Jetzt Kommt Noch Ein Steinschlag Und Dann Was Verlangsamt Verlangsamt Ja Und Erfahren Wahrscheinlich Was Neues Über Die Dunria Zeitschleife Äh Über Die Zersetzten Das Ist Lass Es Gut Sein Priesterin Ich Weiß Dass Es Nichts Gibt Was Du Für Mich Tun Kannst Fürchte Du Hast Recht Es Tut Mir Leid Deine Schwester Sucht Nach Dir Die Ist Hier Sag Dir Dass Sie Fernbleiben Soll Wir Können Sie Herbringen Kannst Du Noch Ein paar Momente Durchhalten Werde Sie Suchen Gehen Nein Lass Nicht Zu Dass Sie Hier Herkommt Sie Darf Nicht Herkommen Du Söldner Ich Bin Von Der Konzil Garde Meine Mission Ist Die Bekämpfung Der Archiliten Und Das Eindämmen Der Zersetzung Ich Habe Auf Meine Ehre Einen Schwur Abgelegt Und Ich Habe Vor Mich Daran Zu Halten Bis Zu meinem Letzten Atem Du Weißt Was Das Bedeutet Oder Selene Myrna Bitte Lass Uns Allein Du Bist Ein Deserteur Oder Ich Kann In Letzter Zeit Wohl Vor Niemandem Was Verbergen Wie Kommst Du Darauf Deine Augen Ernst Haft Die Brauchen Dich Dort Warum Bist Du Desertiert Ein Grund Ist Dass Ich Die Schnauze Voll Davon Habe Das Zu Tun Was Ich Gleich Tun Muss Tut Mir Leid Muss Dich Nicht Entschuldigen Könntest du mir Einen letzten gefallen Tun Um was Ich möchte Mit einem lächeln Auf den lippen gehen Naja da kann ich auch nicht viel machen Doch das kannst du Erzähl mir einen Witz Was Erzähl mir einen Witz Willst du mich auf den Arm nehmen Bitte Ein Witz Das würde mir sehr viel bedeuten Bin nicht gut mit Witzen Erzähl einfach Einfach den ersten der dir in den Sinn kommt Das passt schon Du machst das für keinen von uns leichter Aber gut Ein Witz Ein Witz Ein Witz über unseren verrückten Onkel Jared Gut Die liebe ich Also Onkel Jared trinkt mit zwei Freunden Und sie reden währenddessen über den Tod Stell dir vor du bist tot Und alle versammeln sich um deinen Sarg herum Was würdest du dann gerne hören Der erste Freund meinte Ich will das alles sagen Dass ich ein guter Vater und Ehemann war Der zweite sagte Ich will dass man mich als loyal in Erinnerung behält Jemand Der etwas bewirkt hat Onkel Jared meinte nur Was ich gerne hören würde Bei den Göttern Schaut nur Er bewegt sich Der ist wirklich nicht ganz Nicht schlecht Der Der ist gut Danke Versprich mir eins Was denn jetzt noch Sag meiner Schwester Dass ich sie liebe Das werde ich Ich bin bereit Gut Kannst du deine Augen schließen Ich kann das nicht Wenn du mich anschaust Oh du hast einen weichen Kern Ich bin bereit Es ist okay Ich bin bereit Eins Zwei 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 Die Stab zersetzt Die Stab zersetzt Sie ist in der Läuterungsschmiede besser aufgehoben Zalista wird die Behörden Zalista wird die Behörden Benachrichtigen müssen Okay Also Diese Monster können die Zersetzung beschleunigen Und machen das scheinbar auch gerne Was Ein bisschen gruselig Weil dann hat die Zersetzung Ist dann ja nicht einfach nur eine Krankheit Sondern Die hat ja auch in gewisser Weise Dadurch ihr eigenleben Ja Da hinten war irgendwo ein Teleporter Sehe ich natürlich auf der Karte nicht Sondern nur auf der anderen Da links ist Noch ein Auftrag Darum kümmern wir uns So das nächste Mal Ich will jetzt erstmal speichern Weil die Folge hat schon Überlänge Gut Und An der Stelle würde ich dann sagen Mit einem relativ traurigen Ausgang Von der Quest Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen Wünsche noch einen gesegneten Tag Und ich hoffe wir sehen uns dann Beim nächsten Mal Tschüss